Am zweiten Tag der Jänner-Februar-Sitzung 2024 des Landtags wurde die Landesregierung gewählt. Neben Landeshauptmann Arno Kompatscher zählen die Landeshauptmann-Stellvertreterin bzw. Stellvertreter Rosmarie Parmer, Marco Galateo und Daniel Alfreider sowie Philipp Achammer, Magdalena Amhof, Christian Bianchi, Peter Brunner, Uli Mayer, Hubert Messner und Luis Walcher zum elfköpfigen Regierungsteam. Als Folge ihrer Wahl in die Landesregierung traten Landtagsvizepräsident Marco Galateo und Präsidialsekretär Hubert Messner von ihren Präsidiumsposten zurück, ebenso wie auch der bisherige Landtagspräsident Sepp Nogler seinen Rücktritt erklärte, weil es dessen Fraktion so beschlossen hatte. Weil die notwendigen Mehrheiten nicht erreicht wurden, benötigte es bei der anschließenden Neubesetzung des Landtagspräsidiums drei Wahlgänge, bis Arnold Schuler als Landtagspräsident feststand. Ebenso viele Wahlgänge benötigte es zur Wahl von Angelo Genaccaro zum italienischen Vizepräsidenten des Landtags. In der Folge wurde Harald Stauder im ersten Wahlgang zum Präsidialsekretär gewählt. Er tritt damit an die Stelle von Neolandesrat Hubert Messner.